Ich werde wieder verfolgt. Mach platt hier die... Gucken ob dein grüner Pfeil noch stimmt. Hacke voll. Ich habe was zu fressen gefunden. Das ist schon mal gut. Aber der blöde Zombie kommt mir immer noch hinterher. Das glaube ich doch nicht. Er frisst die ganze Dose mit. Ist schon lustig wenn er trinkt. Mit Deckel drauf. Naja er frisst auch die ganze Dose mit. Ohne die aufmachen zu müssen. Ah ich habe schon... Schon wieder drei Zombies am Arsch. So ich renne jetzt mal hier quer durch die Rabatte. Ich hoffe dass ich dich heute nochmal finde. Ah da muss ich auch gleich schon wieder hoch. Mein Essen ist auch gleich fertig. Ach du immer mit deinem hoch. Ja ich kann doch nichts dafür. Meine Güte ich muss hoch. Ich muss hoch. Das ist ja fast wie damals ich muss rauchen. Ich muss rauchen. Was ist denn da oben immer? Was ist denn da oben immer? Ja ich muss ja jetzt äh... Ich habe da oben noch Essen im Ofen. Was unbedingt noch in meinen Magen heute muss. Aha. Ich habe mir vorhin fünf Stunden lang heldenhaft verkniffen aufs Klo zu gehen. Wo machst denn sowas? Weil ich neun Zuschauer hatte. Achso. Ich hatte ja die Hoffnung dass die mal vielleicht so auf Abonnieren klicken und dass die dann öfter mal zu gucken. Und da wollte ich nicht so unbedingt gleich wieder so. Ich muss mal Pipi ne und bleibt mal dran. Oh hier ist ein schönes Gebäude. Mit vielen vielen Zombies. Und hier ist ein toter Hirsch. Den nehme ich doch gleich aus. Geh weg. Das war was zu Futternhabe. Alles ne. Ach ich habe... Ich trage was was die Zombies anlockt. Das ist ja schön. Boah ich bin... Ich bin an der Stelle da war ich noch nie. Hier ist ein Stoppschild. Hey! Was neues. Was neues entdeckt. Ja. Ein Zombie hat mich entdeckt. Hier war ich noch nie. Das ist ja fies. Ein Babyschrei. Hier sind ganz viele Häuser. Und ganz viele Zombies. Wir müssen erstmal irgendwie ne Waffe besorgen machen. Du Witzpille. Äh... Ich guck, ich guck, ich guck, ich guck, macht's ja. Habe ich dir das Video von dem kleinen Mädchen geschickt. Was so völlig übermüdet ist. Ich nehme einen Napp. Der Vater sagt... Sie... Sieh... 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 für generell sich hinknien und liegen bleiben scheiße steuerung an die steuerung ist hin hocken undetektet alles klar ich bin gleich wieder da ja lockt war klar sollte da eine tür offen sein der glitscht erst mal durch den zaun die sau sag nicht der erste echt durch den saun geglitscht näher kommt aus da ist auch einer drin naja klar sollte es auch anders sein äh Das war's. 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 Okay. Ich glaube mal noch ein bisschen Zaun drum herum bauen. Den hab ich auch schon für dich. Geldام two aufmachen. Und das dann nach und neue aufrüsten. Ja Kellar. Müsste man sich ja durch den Boden wühlen können. Richtig. Und dann kannst du auch Eisenerz abbauen. Aus dem kannst du dann wieder. Nagelgewinnen. Super. Knock on wood Ich brauche aber dringend was zu fressen Und was zu trinken Ich habe Gornischt Zu trinken jedenfalls Zu essen hätte ich hier noch eine Bleibatterie Autobatterie Öl könnte ich auch saufen I need something to drink So jetzt wirds langsam hell Na ja dann Versuche ich nochmal mein Glück Kann ich die da nur nicht einbauen Weil Das könnte natürlich auch sein Ich dachte ich könnte zwei Türen nebeneinander setzen Aber das geht scheinbar nicht Ne das geht nicht Warum nicht Finde ich aber doof So Versuch 7835 Mal bei den Alex hinrennen Ne Ich werde mal hier Ich muss irgendwas ganz dringend was zu fressen finden Weapon Repair Kit Kann ich jetzt hier erstmal durch die Wand schlagen So Wieso Habe ich jetzt hier keine Wand gekriegt Vielleicht hätte ich doch Wand bekommen müssen Oh hier Scheiß Haus Da kann ich Wasser schöpfen Wie geht das dreckig aus Super Trophäen finde ich Oh hier gehts nach oben Cool Hier ist ein Dachboden Mit ner halben Leiche So Das ist ja mal schick Kann man gleich mal die Trinkflasche hier parat halten Ja Ich bin fast verdurstet und verhungert Leere Gläser hätte ich Da müsste ich doch eigentlich am Locus mit schöpfen können Beziehungsweise am Teich Wenn du da einen hast Ich habe gerade nur Zombies draußen Die kloppen hier gerade alles ein Hurra Wo seid ihr denn? Komm her Dann kriegst du gleich ein paar Du Aha Da ist er Eigentlich müsste doch so ein Hackebeil Den viel schneller legen Als ein Vorschlaghammer Ja Da ist hier ein Geschrei Ich finde das nicht so witzig Warum? Ich habe hier eine Mauer eingerissen Und habe nicht die Steine dafür bekommen Vorhin ging das Ach guck mal Der zeigt jetzt sogar hier Sogar ein Haus auf der Karte an Ja Ja Wenn das da eine Base ist Ja Mein Home ist mein Castle Sagt er jetzt hier Oh Da steht schon wieder einer am Eingang Na komm her Vorschlaghammer Einschlag Hackebeil muss ich fünfmal Schon komisch Ich würde ja hier vorne zu gerne eine Tür einbauen Schatzi Bringst du ein bisschen Holz mit Das von der Äh hier ist ein Hund Ach du Scheiße Hier ist ein Hund Hier ist ein Hund Ich muss was reinbauen hier Schnell 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 Hier ist ein Scheißhund Oh Geschafft Gott sei Dank Siehst du nicht die Base? Überall Zombies Überall Zombies Wollen wir hier ans Leder Also hier musst du schon gewesen sein Hier ist nämlich alles leer Oh ja Schön Man kann aus dem Klo trinken Das ist schon mal gut Gibt auch gleich Flitzekacke Jetzt brauche ich bloß noch was zu essen Die Zombies muss ich loswerden Die brüllen hier Weil Und dieser Scheißhund Ey das gibt's doch nicht Was schlagen sie denn jetzt an? Oh der Hund kommt durch die Tür Ich glaub's nicht Gut ich konnte ihn auch durch die Tür erschlagen Immerhin Aber dann machst du deine Tür mit kaputt glaube ich Ne? Ein Schlag hat ja Gott sei Dank gereicht Jetzt steht schon wieder vorne jemand und klopft So Ich bin jetzt hier Weiß ich nicht Das Dein Bereich da ist In welchem Hause bist du denn so zu erfahren? Wieso hast du denn deinen Track nicht an? Hab ich doch Kommst du doch da Hier So ein grünes Wahrscheinlich da wo alle Zombies vorstehen Ja genau Ich lass sie jetzt hier alle an meinen Tresen kommen Und hause tot Hallo Na komm du dicker Ey das will ich haben Du kommst schon hoch hier Er glitscht noch ein bisschen durch die Treppe Komm Kollege das schaffst du die drei Stufen Oh hat der eine Plauze Alter Falter Du hast Stunt Aha Oh der kann ein bisschen mehr ab der Dicke Ja Ich glaube ja um welche die explodieren Der brauchte jetzt drei Schläge mit dem Vorschlaghammer Wie? Jetzt kommst du von der anderen Seite? Ach ne Da Ist von hinten Alles klar Da kann ich nicht aufmachen Siehst du mich kommen? Nö Ich seh nur deinen Pfeil aus der Richtung da Aber du kommst genau auf der Rückseite des Hauses Du musst also quasi einmal um den Bunker rum hier Wenn du dann hier noch durchkommst Hier stapeln sie schon die Leichen Ich verhunger gleich Ich verhunger gleich Ich schieße den Schrei Dass du aufmachst Ja Ich muss Habe ich hinten gar nichts zu essen ey Das ist doch scheiße Moment ist hier noch Hochbetrieb Ja Ja du komm hoch hier Ihr müsst schon die Treppe hoch gehen Da unten kann ich euch nicht erschlagen Ich seh hier einen Oh oh Er sieht aber auch schon fertig aus Okay Nee Boah ist da wieder Mau hier Scheiße Die Häuser sehen so groß aus Im Gegensatz zu mir Vielleicht könnte ich ja meine Flitzekacke essen Mach doch Davon habe ich auch genug Wir haben die sich hier alle verabredet glaube ich Schlägst du die da draußen tot? Nee Okay Mal gucken Ich hörs jetzt aber schon mal Wutsch Wutsch hörs Oh hier ist Party Du bist mit dabei Das hier verbarrikadiert? Ja Moment ja Kommen sie rin Können sie raus gucken Danke So Da ist so ein Hoshi an der Seite Der macht das da kaputt Hier hinten machen sie das alles kaputt Moment Können wir auch was gegen tun So Erste Hilfe So Ich brauche aber trotzdem immer noch was Alter der kriecht hier durch Ich glaube es nicht Unverschämtheit Guck mal Da habe ich ein schönes Häuschen hier Für uns besorgt Mit Fernseher Pick up TV Oh Tatsache das geht Ich habe den Fernseher mitgenommen Ja Kannst du auch das Sofa entpacken Und das Bett Und allen Scheiß Ja Ja Was machen wir denn jetzt? Lass mal den Fernseher wieder auf Hoch Oh Ich brauche jetzt dringend was zu fressen Du hast doch gesagt Aus der Toilette kann man Ja Hast du Glas? Sonst hätte ich eins für dich Ja ich habe Glas Habe ich Sehr schön Hier ist doch schon wieder Kundschaft Das gibt es doch nicht Naja und dann gleich Flitzekacke Wir sind umgezingelt Was man machen könnte Man könnte oben anfangen Das ganze Dach zu zerlegen Wollen wir uns nicht unten rausbuddeln? Ja oder das Nur dann brauchen wir eine Ich brauche vor allem was zu essen Ich verhungere Ich verhungere Ja dann müssen wir luken Dann müssen wir mal in ein anderes Haus gehen Und gucken ob da was zu futtern ist No Ich mache jetzt erstmal hier nochmal schnell das hier weg Und setze da auch noch so eine Kiste rein Oder vielleicht kann ich dann ja Tür einbauen Ich weiß es noch nicht Mal gucken Ich glaube ich sterbe gleich So geht jetzt hier The door The door The door geht immer noch nicht Ey ich kriege die Pimpanellen Sag mal was ist das für ein Scheiß Ich werde doch jetzt hier wohl in diese Hohlkonstruktion die Tür einsetzen können Nö Ja da muss eine richtige Wand sein da Ja wo kriege ich denn jetzt eine richtige Wand her Nein Oh das darf doch nicht wahr sein Ja das war es dann wohl Oh ich bin durch den Boden geglitscht und falle Schön Kann ich mich irgendwie selber umbringen Das ist ja jetzt scheiße Tja wie kriege ich denn das Loch jetzt hier wieder im Haus zu Ja ich wollte ja Ich habe ja Geklickt ich will auf meinem Bett spawnen Und was passiert Ich bin unter meinem Bett gespawnt Und jetzt falle ich Und falle und falle Ich falle auf den Mond zu Schön So im Nirvana Jetzt kann ich wahrscheinlich nur Quid machen Ja ich bin auch tot Oh ja Schön Soviel zu unserem Haus Ach das ist so doof Oh jetzt bin ich auf dem Ausdach Auch nicht schlecht Jetzt wenn ich jetzt was Ja Scheiße dann hätte ich mal erst Hätte ich das Bett mal aktivieren müssen Tja das Problem ist Ich habe ja nichts Ich kann mich noch nicht mal durchs Dach buddeln Und da unten Ja warte ich komme Ich komme da wieder hin Ja aber du hast ja auch nichts Keine Waffe und nichts Ich habe einen Vorschlag haben habe ich jetzt Äh ja Ich habe einen Schornstein Super Ich meine auf dem Dach halte ich es erstmal aus Hier kommt ja keiner hoch Noch nicht Ich gucke mal hier bei den Zelten Ob ich hier irgendwas Nutzbares finde Ich könnte ja mal versuchen Die Zombies wegzulocken Bevor sie uns die ganze Bude einreißen Das mache ich jetzt mal Hier bin ich Ihr Stinker Kommt alle her Und fangt mich Da sind zwei Oh ne Sag nicht ein Hund Dann kriege ich aber das Kotzen Ja Hund Ja Hund im Haus Und ich laufe Ich laufe Ich laufe Ich laufe Richtung Norden weg Hund ist hinter mir Wie war das vorhin You can't outrun a dog Wenn ich eh schon verrecke Dann kann ich auch versuchen Das Vieh tot zu schlagen You are bleeding like a fuck Tot Gibt's noch? Nee tot Aber ich könnte auf meinem Bett spawnen Oh diesmal hat es geklappt Seh mal zu Dass du da unten die Tür wieder rankrist Dass ich wiederkommen kann Ja Ich hab doch nix Ah hier ist mein Rucksack Vielleicht ist ja noch was drin Die Klimotten liegen da alle Hoffentlich Hoffentlich sind sie das alle Oh ja Da Ich hab meine Sachen Sind da auch mit bei Oh Ein Woodframe Äh Egal Ich mach jetzt erstmal hier Tür zu Ich bin aber auch gleich wieder da Da muss ich mal das Bett da aktivieren Und dann müssen wir Ich hab da hier einen Schlafsack noch in der Tasche Zwei Stück Irgendwie mal rausfinden Wenn man hier die Mauer Ein Ein Stück schmaler kriegt Dass ich da Eine Tür reinsetzen kann Am besten Ja Graben Und dann Äh Wie heißt es? Äh Mit Steinen dann halt Mit Steinblöcken Aha Da müsste doch auch eine Holzwand bauen können Ja aber Holz Das reißen die ja Ja aber es reicht erstmal Um eine Nacht zu überstehen So packe ich mal deinen Hammer hier in die Kiste Was was waren hier alles deins Ach alles was nicht Ja ist egal Wir brauchen das ja eh alles Gemeinsam Wir müssen uns dann mal eine Kiste bauen Wo wir dann alles schön reinpacken können Kannst du auch alles hier in den Schrank packen Shotgun Pump kann ich jetzt Nichtsdestotrotz müssen wir uns dann auch nochmal um Essen kümmern So Ich hab Maiskörner Würde ich hier am besten direkt neben dem Scheißhaus Was war Ja Dann müssen wir erstmal zusehen dass wir da unsere Base soweit absichern сегодня ihr habt einen was war hier und ihr habt hier ich hier 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 Irgendwie... Ach, da ist die Hose. So, wir haben unsere Hose verloren. Achso, ich wollte ja noch mal... noch mal Holzwand gucken hier. Holz-Wut-Wut-Wut-Wohl-Wohl-Wohl- Scrap-Iron-Wall-Iron-Wall-Tja. Also, Scrap-Iron. Scrap-Iron. Könnte man eine Wall bauen. Frame-Wut-Door-Wut-Ramp. Pillar-Wut-Den-Clip. Pff-Lock-Spike-Ritual-State. Jingles. Hatch. Hatch ist auch gut. Wie war denn das? Wie kommst du denn in die Häuser rein? Durch die Wand graben. Wenn sie verschlossen ist, die Tür. Ich komm jetzt erst mal... Erst mal und so. Und Alex hin, ne? Ich hör's da schon wieder... Klatschen und Batschen. Ich buddel hier. Hinten die Tür ist abgeschlossen, ne? Ja. Muss Bescheid sagen. Guck mal, lass ich dich vorne rein. Ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Nick. Guten Tag. Guten Tag. Können wir zumachen? Ja. Gut, Frame da. Hier war das Schlagzimmer, sagst du? Äh, gleich rechts, ja. Ich werde jetzt mal ein... Sleeping-Back positionieren. Aber das ist doch ein Bett. Ich weiß nicht, ob wir das beide benutzen können. Ich hab das aufgehoben, wieder hingestellt und dann... Äh, an Old Bet is owner by BatWolf. Achso, okay. Ja gut, ich bin ja auch nur momentan bei der Durchreise. Sage ich jetzt mal so schlimm. Wenn du einen Schlafsack hast, dann ist das ja nicht so schlimm. Wie lege ich den denn jetzt ab? Das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Character Inventory. Ne, du musst den unten in die Schnellstartleiste ziehen und dann mit rechts klick. Achso, war das ja genau. So, den da hin. Fütter. Inventory zu. Den packe ich mir wieder in die Tasche. Ja, da ist schön. Oh, ne Autoradkappe. Super. Die kann man ja immer mal gebrauchen, ne? Wie aktiviere ich den jetzt? Wie war das? Äh, das weiß ich nicht. Ich hab vorhin aus Versehen nur das Bett aufgehoben und wieder hingestellt. Ich weiß nicht, wie das... Ach ne, du kannst jetzt glaube ich... Also wenn du tot bist, sagt er dir, äh, Spawn on Dingsbums. Ach, da buddelste. Ja, 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 ja. Ist doch schon, schon Stein oder was, ne? Sieht so aus, als wenn da Zement käme. Hast du... Ne Hacke von der Hacke? Warte, ich hab, äh, äh, äh... Ich könnte die hier... Moment, packe ich denn die jetzt hin? Nö. So ne Axt hätte ich hier. Ja, ne Axt, Axt. Aber die hast du ja, die brauchst du ja. Ja, ich hab auch ne Stein-Axt. Du hast auch nen Vorschlager, macht man dann. Den hätte ich nämlich auch noch. Warte mal. Warte mal, jetzt, bevor wir weitermachen, will ich mal hier... Muss man, muss man hier die Klappe zum Schluss einbauen? Kannst du das überhaupt sehen, wenn ich versuche, was zu bauen? Warte, ich gucke mal. Du stehst da drin, du musst mal einen Schritt zurück. Bauen wir mal was? Geht nicht. Du hast doch irgendwas kleines in der Hand. Mach aber das Loch nicht zu groß. Wieso? Ja. Das ist ja eh nur Holz, was du da jetzt wegklopst. Ich würde dann gern so ne Klappe drauf bauen, dass da keiner reinkommen kann. Aber die können doch jetzt hier an der Seite kommen die doch jetzt nicht rein. Was hast du denn? Aber auch ne Klappe. Ne Hundeklappe. Das ist ne Tür, ne? Oder was? Ja, das ist die Klappe, die ich die ganze Zeit hier in den Boden einsetzen wollte, bevor du wie so ein Beklopter versucht hast, die auch alles aufzuhacken. Ich dachte, wir sammeln jetzt. Ich hätte die jetzt auch gerne wieder aufgehoben, die DOR. Warte, schlag doch mal den Stein drumrum weg. Warte mal. Bevor du die hier noch geflopst. Aber das ist ganz schön wenig, ne? Oder geht das automatisch? was macht es das weiß ich nicht jetzt konnte ich mit e alles immer wieder aufheben jetzt ist er weg toll das war unsere klappe naja während du darum klöppelst ich gehe mal gucken ich habe noch ein paar zäune im gepäck ja ich auch guten fans ist ja gut und schön aber gibt es da keine tür für wieso klopft du die spüle kaputt vielleicht hätte man da ja wasser schöpfen können ich kann ja später wieder eine goldene spüle bauen genau grab lead scrap press warte mal eine fackel kann ich nicht aus dem knochen ach so da kann ich mir erst mal hier ein messer bauen da kannst du ja schon mal jagen gehen ein wohnswiff pfeil und bogen wäre nicht schlecht dann könnten wir so ein paar schließen ich glaube da braucht man holz zu bis der hier mal so ein stein geklöppelt hat das dauert ja ewig hast du noch metall iron pipe habe ich eine kurze hier ist noch scrap iron das müsste von dir sein nicht aus meinem inventar raus käme das lässt er mich nämlich gerade nicht dann packe ich dir das mal hier in den schrank so und jede pipe auch falls damit auch was anfangen kannst knurzel so konkret briggs konkret briggs nehmen wir mal das auf konkret briggs packen wir mal da rein und dann machen wir mal hier zu die klappe jawohl so und gleich der nächste und dann können wir nämlich eine tür einbauen sehr schön sehr schön sehr schön kann man sich eigentlich leicht abbau ja ich glaube wir brauchen gleich schon den leiter kabel stone kabel stone wollen das ja koppel pot das ist auch neu aus der iron pipe zum beispiel kannst du mit mehreren iron pipe kannst du eine leiter bauen oder halt mit denen mit den sticks kannst dich ja schon mal dran machen erstmal gucken ja ich will jetzt erstmal schauen dass ich hier ne dings mir baue eine spitzhacke ach du mit deiner spitzhacke wir brauchen essen ja da müssen wir jagen jetzt essen ja moment wenn die tür hier drin ist dann können wir endlich mal rausgehen wir müssen erste tür einbauen damit wir rausgehen können so jetzt äh wo ist die doha sehr ist die doha und jetzt nehmen wir mal hier das weg und das weg und obwohl man kann uns mal was zu essen bauen eben gerade mach mal so tür ist drin oh gott sei dank so und dann können wir hier hinten die olle tür auch gleich noch austauschen ich habe nämlich noch eine in gepäck drin mittlerweile habe ich auch fast alle werkzeuge zerkloppt ist ja egal flitzekacke hatte ich eh schon wobei warte mal mit kornmehl so jetzt haben wir hier erstmal überall türen drin wo es hin muss hast du hier ne durchreiche gebaut ja es bringt übrigens nix wenn man die wände hier einreißt ne hatte ich auch schon hatte ich auch schon leider feststellen müssen wir haben auch schon wir haben unsere Was könnte man denn den Vorschlaghammer reparieren? Den will ich eigentlich ungern als Waffe verlieren. Was ist denn Tello? Ist das fett? Wie schreibt sich das? T-A-L-L-O-W Hallo Ruf Talg schmiere Triebe Re-Enforcement Club Boten Club Ey! 1, 2, 3, 4 Was denn? Observer geflogen Prost Deine Verbindung wieder Connecting to Sar Connecting, Connecting Could not connect Prost Connection fehlt Tombstone spielt jetzt 7 Days to Die Ich glaube dein Internet hat sich gerade verabschiedet kurzfristig so Warte ich schau mal noch mal nach der IP Ja die hat sich geändert würde ich mal so sagen Ich mach mal QUIT QUIT PRO QUO Head .. Hmhm Äh ... ... skriques 13 am ende ist die gleiche ich kann aber nicht connect gut jetzt habe ich gerade warte mal continue game stadt so probier mal und Vielleicht mache ich mal Exit und starte mal das Spiel neu. Ach Quatsch, Freunde. Jetzt zu spielen. Jetzt zu spielen. Ähm. Fehlt. Was fehlt? Ja. Gibt's auch gar nicht. Se, 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 Se. kann man denn da machen ich starte einmal komplett neu ich 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 Probier noch mal. Nö. Warum nicht? Weiß ich nicht. 7924 zu 6113 will er nicht. Warte mal, kann es sein, dass sich jemand Firewall eingestellt hat? Ne, ne? Das ging ja eben. Wenn ich jetzt ein neues Spiel mache... ... 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